wunderschönen guten morgen so schauen wir mal das monster können wir jetzt eigentlich gleich in die wiederherstellung maschine reinhauen mali fliegt weg tschüss mali pass auf dich auf hat mich gefreut okay perfekt so haben wir hier adelsinspektion behalten wir natürlich ja so interagieren sehr schön dann das passt was möchte nicht sie schon wieder sie ist wahrscheinlich wieder mit ihren mit ihrer kürbis prinzessin nie das nie so ich kümmer mich erst mal um meine tiere so alle auf einmal sehr schön alle auf einen streich sagt man so schön so wie sieht es denn hier aus sechs das heißt zwei stück hinzufügen dann hier er hat alles auf gesammelt jawohl ich wollte das natürlich nicht ich nehme somit na ja sehr schön euch zwei dahinten braucht man auch dann haben wir alle hier passt alles da brauche ich ja gar nicht schaue ich habe wieder alles rein hier das wird sortiert so das monster aber hier gleich rein so wieder einschalten muss ich schon und dann wieder herstellen jawohl ja die kleinen sachen wir haben eh genug die 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 das mache ich jetzt nicht nee 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 das freut mich jetzt nicht so ich brauche ich wenn wir uns mal einen handelsauftrag holen wie jeden tag möchte sonst irgendjemand was sonst irgendjemand was von uns nehmen so rein da guten morgen an ein ss What? Jawohl, ne Mann. Ah. Zwei TÜV-TÜV-Transporter. Na okay. Na okay, okay. So, warte. Ich gehe aber noch schnell Handelsmarktpreis schauen. Wie sieht es aus? 88. Das kann ja nicht sein, oder? Da habe ich sogar einen TÜV-TÜV. Das heißt, ich brauche nur einen. Ah. Okay. Unsere Maschine wird schon machen. So, hier. Zack. TÜV-TÜV. Geht sich raus? Nee, das heißt, ich brauche drei Reifen und zwei Sitze. Okay. Drei Reifen. Und zwei Sitze. Mal kurz warten. Obwohl. Oh, ein. Gut. Ähm. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ähm. Wollen wir heute wieder fischen, oder? Gehen wir wieder in die Ruine? Ah, es wäre schon cool, wenn die Ruine abgeschlossen wäre, gell? Ah, weißt du was? Wir gehen in die Ruine. Wir gehen in die Ruine. Du wartest hier und wir gehen rein. Jetzt muss ich nur schauen, weiß ich noch, wo wir gestern waren. Gehen wir mal hier irgendwo, oder? Gehen wir mal hier. Gehen wir mal hier, ihrliamo. Ein Aquilampe. Um... Da ist mal nichts, was wir brauchen. Nein. Ah, Enddorf-Kürig. Und Leistungsmodell. Zentrum-Modell. Die zwei Sachen brauchen wir. So. Also, ich sollte halt aufhören zu schlagen, wenn ich nach vorn laufen möchte. Ja, ja. Ja, ja. Es passiert allen. So, du kommst auch zu mir. Enddorf-König Teil 2. So, jetzt möchte ich wieder nach draußen. Was ist denn beim besten? So. Okay. Aber da ist nichts. Langsam. So. 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 Ja, wer weiß, ob es vielleicht nicht doch besser wäre, in die Tiefe zu gehen. Warte mal. Ja, kann sein, dass ich die von drüben schon gesehen habe. Ja, kann sein, dass ich die von drüben schon gesehen habe. Hm. Ich weiß prinzipiell nicht, ob das so, wie es ich mache, viel Sinn macht. Ob ich so weit überhaupt sehe, wenn das ganz tief unten ist. Ah, das heißt, wir sind hier jetzt schon einmal rundherum, oder wie? Okay, warte, warte, wir wechseln die Ebene. So. Jawohl, wir bestätigen rein nochmal in die Gutsstube. Okay. 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 Jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir am besten? Billiges, altes, haben wir schon. Okay. 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 Das ist alles wunderlampen. Wunderlampen. Äh. Okay. Und das ist alles wunderlampen. Meerjungfrauenstatue, glaube ich, nein, nein, die haben wir schon, aber hier haben wir Göttinnen und Leistungsmodell. Die zwei brauchen wir mal. Meerjungfrauenstatue, Katzenstatue, warte. Das muss ich kontrollieren, ob ich da eh kein Blödsinn abgeschrieben habe. Ähm, warte, 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 ähm, Göttinnenstatue, ähm, da. Katzenmädchen, nein, nein, denkmal Performance Center. Ich finde die gar nicht. Meerjungfrauen, Meerjungkatzenstatue. Bin ich jetzt doof oder so? Ist das vielleicht die Katzenmädchen? Warte mal, wir sortieren mal. Göttinnenstatue, Ente auf König. Jetzt bin ich total verunsichert. Meerjungfrauenkatze, Meerjungkatzenstatue. Wie habe ich jetzt gesagt? Wie heißt das bei mir? Warte. Ähm, nein, 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 nein. Katzenmädchenstatue habe ich hier. Wahrscheinlich ist es eh das. Okay, dann können wir alles holen. Ich habe null Ahnung. Warte, ich hole aber zuerst mal die zwei Sachen. Und dann holen wir uns das. Kann leicht sein, dass das das ist. Okay, warte, ich gehe aber jetzt wieder nach draußen. Na, komm schon. So. So, dann gehen wir hier rüber. Okay. Markus, Geschichte 1 haben wir auf jeden Fall schon. Energielampe, Wunderlampe, Wunderlampe, nee, 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 das haben wir alle schon. Okay. Dann schauen wir hier. Billiges altes Spielzeug. Schmiermittel. Klinge. Okay, warte, wir gehen da durch. Ah. Ob es da noch durchgeht? Ach, Tatsache. Hm. Langsam. Da ist noch eine Ente auf König. Teil 3. So, aber jetzt, ich glaube, das Suchen ist für euch, glaube ich, nicht so spannend. Deshalb würde ich sagen, wir gehen, wir gehen fischen. Und das nächste Mal, wenn wir wieder kommen, muss ich wieder die Ebene wechseln. So, das ist halt die Frage, wo tun wir denn weiter? Ich habe ja die... Äh, einen Käufisch haben wir noch nicht und die Blaumakelle haben wir noch nicht. Das heißt, warte mal, wir haben ja... Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, da oben? Äh, und wir gehen... Hier waren wir das letzte Mal, gell? Dann fahren wir hier hin. Ah, warte, ich fütt. so wirst du bleib aber weißt du was wir haben das Geld für ich werde hier mal alles freischalten oha 15.000 ok wir sind geldlos so ein blauer Krill nehmen wir prinzipiell mit weil ich eben nicht gerade wenig so da haben wir einen wieder mit stern ja ja wieder rein damit ich will das gerne alles noch voll haben vollkappen blau Makrele komm raus bin ich nicht so zimperlich herum da ist die nächste da ist die nächste die haben die wollen unbedingt raus nein nein die lassen sich zeit nein da habe ich noch nie da habe ich noch nie einen stern eine krone gehabt immer nur die normalen und die sterne und selbst die sterne sind sehr 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 selten bei denen bei denen die ich weiß nicht so zimperr ich weiß nicht wann die kommen ich weiß nicht wann die kommen auf die glaube ich können wir noch ewig warten aber jetzt weiß ich wenigstens zumindest schon mal dass hier drinnen überhaupt sicher königs fische sein können weil vor dem wie heißt er keine ahnung jetzt wie er heißt vor dem gelben der was da drin mitschwemmt haben wir ja schon einen raus bekommen jetzt ist halt nur mal die frage wie lange es noch dauert wegen der blau Makrele und wegen einem Koi Kappen auf das müssen wir halt jetzt abwarten kann noch schnell gehen kann aber auch sein dass wir noch eine woche dran sitzen ach verdammt das wollte ich eigentlich gar nicht egal kommst du mal raus Koi Kappi Sternchen holen wir auch raus obwohl er nur 60 gibt nein ja ja schmeiß ihn wieder rein so Makreli noch eine Makreli noch eine Makreli aber ich brauche keine Makreli ich brauche Königs Makreli so warte da ist die nächste noch eine okay nein nein so ein zwei machen wir noch außer die Küder werden so weggenommen da muss ich schauen warte da ist der blau Makreli 22 ah das ist der Koi König oder warte 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 lass ihn Zeit Koi König wir haben ihn okay jetzt fehlt uns nur mehr die Makreli nicht die so die Königs Makreli okay wir belassen es für heute so und die hola 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 so ab nach Hause die Döf Döf können wir morgen auf jeden Fall auch abgeben so wirst du wohl hallo kannst du zurück nach Hause gehen so das geben wir auf so können wir hier irgendwas noch weiter machen End auf König Hammer voll so aber pass auf jetzt hier heißt sie ich bin gespannt warte ich bin gespannt äh mehr Jungfrauenkarte wie ist sie das bei mir im Zettel aus wie habe ich gesagt heißt die Katzenmädchen Statue genau die heißt bei mir Katzenmädchen Statue das heißt das ist kein Katzenmädchen sondern mehr Jungfrau das muss ich gleich ausbessern okay gut passt ähm Verkaufsruhe wo ist sie hier ne du sollst aufmachen okay 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 warte 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 da hinten sind unsere Fische die kannst du auf jeden Fall reingeben den haben wir schon die Makrellen kannst du auch mit reingeben ansonsten haben wir keine Fische warte mal in die die wo ist die relikte hier da hat ja auch wieder was Platz okay pass auf das ist alles relikt mäßig gewesen glaube ich da haben wir noch einen der gehört ins Museum gut passt 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 dann sag ich Dankeschön gute Nacht und bis morgen bis morgen sagen es im 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 Untertitelung. BR 2018